Jans, vielen Dank, dass du so kurzfristig schon fast wieder, obwohl wir uns schon länger nicht mehr gesehen haben, heute die Zeit hast. Wir sitzen hier im schönen Karlsruhe, das ist der erste Versuch, eine Ausdauer-Videoaufnahme und zwar das ganze noch solo, von daher gucken wir einfach, was danach rauskommt. Jetzt habe ich zuerst mal ein Trauma aufzulösen, weil als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, das war jetzt vor 30 Jahren, in einer Vorlesung, genau, im Studium Generale und es war mit einem Philosophiestudium ausgezeichnet, in der Vorlesung, früher gab es ja kein Internet, sondern solche dicken Schwarten, da hat man dann reingeblättert und hat dann geguckt, was will man denn neben seinem Studium noch alles gern tun. Und dann habe ich mich für Philosophie im Studium Generale, da waren ein paar andere auch mit dabei und du hast dich schon gewundert damals, was so viele da waren, weil es war eigentlich ein Pro-Seminar. Ein Pro-Seminar? Genau, und da hast du dich schon gewundert, okay, aber du hast das Pro-Seminar dann durchgezogen und ich erinnere mich noch an die Szene, du hast ein Zitat gebracht, ich habe darüber nachgedacht und in der Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, also nicht länger als jetzt, hast du schon wieder drei weitere Zitate gebracht. Dann habe ich gedacht, ich bin da heillos falsch, ich muss da noch ein bisschen was aufholen. Jetzt sind 30 Jahre vergangen und ich hoffe, ich habe ein bisschen was aufgeholt. Ja, zitieren tue ich immer noch, gell? Genau. Und, das muss man dazu sagen, du bist jetzt 86 und du bist immer noch so weit fit, so wie ich dich zwischendrin immer mal wieder erlebt habe bei Spaziergängen zusammen. Man tut ja, was man kann und man muss, wenn man Olympiasieger war, muss man in Bewegung bleiben, sonst errostet man. Exakt. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Jetzt, das Schöne ist also zum Einstieg. Du hast ja anders studiert als heutzutage die Leute sich Studium vorstellen. Heutzutage gehen die im Studium rein, ziehen das sozusagen in zehn, zwölf Semestern wie auch immer durch und sind dann Fachexperten. Du hast angefangen, ich hoffe, ich kriege das hin, Mathematik zu studieren, Philosophie, Soziologie, Sportwissenschaften und danach hast du noch Psychologie studiert und das war alles in den fünfziger Jahren. Und Kybernetik noch. Und Kybernetik noch, super. Also man merkt früher, gab es nicht so viele Dinge. Also du hast eigentlich das, was man so an breiten Wissen, was heute gar nicht mehr zu finden ist. Was hat sich verändert zwischen dem, wo du studiert hast in den fünfziger Jahren und dem heutigen Studium? Naja, es ist jetzt natürlich alles kanalisiert mit bestimmten Plänen und Credits und allen möglichen Bedingungen und alles sozusagen auf Schema F. Das ist allerdings in der Philosophie Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Denn die Philosophie ist ja ein Fach, das man sozusagen völliger allgemein betreiben kann und war auch bei mir ein Grund mit, dass ich Philosophie gewählt habe, nachdem ich aber philosophisch schon gerne gelesen habe in der Schule, weil mein Trainer Adam mich mit Schopenhauer vertraut gemacht hat und einem guten Stilisten und ich habe viel gelesen, gelesen, gelesen und das mache ich ja immer noch gerne. Und Philosophie kann man sozusagen nutzen, um alles andere auch zu betrachten. Und da braucht man sich nicht früh zu entscheiden. Und das war also ein Grund auch. Andererseits wollte ich Lehrer werden und wollte natürlich so ein breites Fachspektrum haben, um in der Schule unterrichten zu können. Und das war natürlich dann die Mathematik, Naturwissenschaft. Ich habe also auch Physikvorlesungen gehört und ähnliches. Und war also von vornherein so stark zwischen den Fakultäten verortet, was aber immer dazu führte, dass die Fakultäten mich also sozusagen immer bei der anderen verorteten und sagten, der ist doch kein richtiger Philosoph. Und der andere sagt, der ist kein richtiger Wissenschaftler. Der ist doch nur ein Philosoph oder so ähnlich. Da gibt es also auch schöne Anekdoten und später sogar in meiner eigenen Schule, als ich da mal dann bei irgendeinem Jubiläum was geredet habe, vor der Oberstufe. Da hatten meine Cousinen, die da in Ratzenburg wohnten, die hatten zu Hause erklärt, ja, da ist so morgen ein Physolog, der will was reden. Und dann kamen sie den nächsten Tag nach Hause und dann wurde gesagt, ach ja, das ist unser Ankel Hand, der hat da geredet. Über Leistung und sowas. Über Leistung, gar kein philosophisches Thema an sich, aber... Naja, naja, also ich finde schon, dass es ein philosophisches Thema ist und schon ein philosophisches Thema auch war, von Platon an zumindest, das kann man schon sagen. Aber es war natürlich nicht der Ausdruck Leistung, sondern Aktivität. Und damit sind wir eigentlich schon bei einem Thema, was wir heute vielleicht besprechen wollen, ich denke. Denn was heißt Aktivität? Handeln, Eigenleistung, wie ich immer gerne sage, obwohl das ja im Wohnungsbau schon verortet ist, aber daher habe ich es nicht. Eigenleistung oder Eigenhandlung, Eigenhandeln. Der Mensch ist das Wesen, das sozusagen eigen handeln kann. Er ist in der Lage, sozusagen seine Ziele sich zu setzen und hat ja ein Bewusstsein. Das heißt, was das ist, ist natürlich auch ein großes Problem, ein philosophisches Problem, ein sehr interessantes Problem, letztlich sogar noch ungelöstes Problem. Also das ist sehr interessant alles und natürlich hochphilosophisch. Und das gilt also sowohl für Leistung, das gilt auch für Verantwortung, oder ein anderes Standardthema von mir als auch für Sozialität. Ich meine, dass der Mensch das Wesen ist, das nicht nur handelt oder sich bewegt, sondern das besser handeln möchte, sozusagen immer besser werden möchte, tüchtiger handeln möchte. Und das ist natürlich schon dann sozusagen eine Art Leistungsorientierung oder Eigenhandlungsorientierung. Und deswegen meine ich, dass Eigenhandeln ist, also der gibt sozusagen Sinn. Also der berühmteste Architekt des vorvorigen Jahrhunderts, Schinkel, der hat ja mal gesagt, überall ist man eigentlich nur da, wahrhaft lebendig, wo man Neues schafft. Das ist diese berühmte Neuigkeits- und Neugierorientierung des Menschen, die ihn natürlich auszeichnet. Aber das finde ich also schon etwas zu speziell und außerdem insbesondere auch zu anspruchsvoll. Ich mache das also etwas sozusagen erdnäher, indem ich sage, Eigenhandeln reicht alleine schon. Und diese Aktivität muss sozusagen nicht nur sozusagen im leeren Luft, leeren Raum stehen, sondern muss auch in der menschlichen Umgebung verortet sein. Sie muss sozusagen auf andere sich einstellen können. Der Mensch ist ja auch das soziale Wesen. Also Eigenhandeln im sozialen Sinne und natürlich auch im moralisch-sozialen Sinne. Und auch, das kann auch symbolisches Handeln sein, im symbolischen Sinne. Klasse. Du hast jetzt einen Raum aufgespannt. Ich hoffe, die kriegen das in den 40, 45 Minuten, die wir uns gesetzt haben, hin. Aber du hast sozusagen jetzt wirklich den Diskursraum aufgespannt, der mittlerweile ja auch ein bisschen verloren geht. Da gehen wir nachher noch mal rein. Jetzt zuerst zu dem Punkt. Also die Neurobiologie hat ja ein bisschen nachgeschaut im Gehirn, was so Lärm ausmacht. Und sie hat genau das rausgekriegt, was du sagst. Es sollte neu und bedeutsam sein. Dann fängt der Mensch an, sich da reinzugeben und was Neues zu schaffen. So. Bewusstsein. Lassen wir uns einfach mal da stehen, dass es heißt, dass du dich mit Dingen befasst, dass du Dinge hinterfrägst, dass du den Wesenskern etwas zu begreifen willst und nicht einfach nur das so als Tatsache hinnimmst, dass das mal als Kurzdefinition für Bewusstsein vielleicht reicht. Dass der Mensch hinter die Dinge gucken will, verstehen will, was es bedeutet mit Goethe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, das ist natürlich ein sehr philosophisches Anliegen. Und jetzt kommen wir zu den Kindern, weil das sind die Samen einer neuen Generation. Und die geht uns ja ein bisschen, gerade durch Corona und Ähnliches, das Thema muss man einfach mit reinnehmen. Weil es einfach derzeit viel betrifft. Die gehen uns ein bisschen verloren. Und zwar gehen sie uns verloren, weil sie sich nicht mehr mit was verbinden. Sie wissen nicht mehr, was sie in dieser Welt leisten sollen, was sie tun sollen, wo sie überhaupt wirken können. Sagen wir mal so, das Schulsystem ist ja ansonsten nicht schlecht. Es hat zu seiner Zeit in der Industrialisierung seinen Dienst geleistet, weil man brauchte Menschen in einer gewissen Grundausbildung, in einer gewissen stabsmäßigen Organisation, die dann diesen Wiederaufbau, denn Deutschland, du hast es ja erlebt mit dem Zweiten Weltkrieg noch als Kind, als 1935 Geborener, das wieder zum Funktionieren bringt. Dann war er halt an der Stelle frei als Maler, dann hat er halt Maler angefangen. Nur, jetzt steht alles, alles ist da in der Menge. Wo finden sich die Kinder heutzutage wieder? Das Schulsystem war aber von vornherein zu sehr auf Unterricht von vorne, sozusagen des Lehrers orientiert. Zu wenig auf Eigenhandlung der Kinder selber. Da gab es zwar auch im vorigen Jahrhundert schon Kerschensteiner und andere, die ja sozusagen die Aktivität der Kinder fördern wollten und alles Mögliche. Aber das ist meiner Ansicht nach zentral, das darf nicht vernachlässigt und übersehen werden. Insofern ist die Schule sozusagen, wie sie traditionell war, auch zu kanalisiert, auf den Lehrer ausgerichtet und zu wenig eigenhandlungsorientiert. Und hinzu kommt noch, dass im Wesentlichen auch die Schultradition mit den Lehrplänen und so zu stark war und auch zu langweilig meistens, sodass keine Begeisterung übersprang, selbst wenn der Lehrer begeistert war. Und ich glaube, Begeisterung auszustrahlen als Lehrer, das ist eigentlich das Entscheidende. Und Begeisterung auf andere strahlt aus. Andere begeistern kann nur selber jemand, der begeistert ist. Man muss begeistert sein, um andere begeistern zu können. Das ist ein ganz entscheidendes, was wir verloren haben, weitgehend oder vergessen haben. Und übrigens auch in der Hochschule. Da ist das auch so gewesen. Da war es fast sogar noch schlimmer als in der Schule selber. Im Kindergarten ging es allen ehesten noch nicht. Woran machst du es fest, dass es verloren gegangen ist? War es noch nie da? Ich glaube, das sind so traditionelle preußische Orientierungsweisen gewesen. Die preußischen Tugenden. Und dann antreten und dem Lehrer antworten und nur auf Fragen antworten und Ähnliches. Und diese Lebendigkeit, die Kinder insbesondere von Haus aus haben, die wurde sozusagen unterdrückt. Zum Teil gar nicht mal bewusst. Aber dieses ganze System war zu langweilig und zu kanalisiert und zu schemahaft. Aber jetzt wissen wir das ja alles. Also das, was du jetzt erzählst, habe ich von Gerald Hüther jetzt schon in 20 Videos und ich bin ja oft mit ihm in Kontakt, erzählt nichts anderes als das, was du jetzt sagst. Und Maria Montessori hat es vor 100 Jahren ja auch schon vorgelegt. Habe ich ja auch schon seit 40 Jahren. Also ist es der Wille, der fehlt? Oder wissen diejenigen, die darüber entscheiden in den Ministerien, gar nicht, wie sie es überhaupt anpacken sollen? Also fehlt da das Konzept? Ja, die Ministerien sind viel zu kanalisiert und viel zu schema-erfahrt. Also ich glaube, dass gerade die Begeisterung der Lehrer nicht genügend gesehen und gefördert wird. Und sozusagen auch insbesondere die Neigung, den Lehrplänen oder die Lehrpläne immer differenzierter und genauer zu strukturieren, vorzuschreiben. Und so, sodass der Lehrer eigentlich kaum noch wenige Chancen überhaupt hat, davon abzuweichen oder zu ändern bis hin zu den kanalisierten und vorgeschriebenen Prüfungen. Das ist also, glaube ich, ein allgemeines Syndrom, das zu sehr an Begeisterung der Kinder, Begeisterung der sozusagen die kinderbegeisternden Lehrer oder was immer, fehlt, dass das fehlt und dass man das eigentlich wieder viel stärker in den Mittelpunkt stellen muss. Insbesondere, wo ja auch heutzutage immer Kreativität gefragt wird. Und Kreativität ist ohne Begeisterung eigentlich nicht zu entwickeln. Und Kreativität ist eigentlich das wirkliche Feld der Begeisterungsfähigkeit. Vor allem brauchst du Freiräume. Also das ist wie dieses Dilemma, sei spontan. Und in dem Augenblick kannst du nicht mehr spontan sein, weil du bist ja viel gefordert. Ja, aber das sind natürlich eigentlich alles sehr alte Dinge. Aber die Schule ist ja immer noch so. Wie diese Zehntelnoten-Arithmetik, die dann entscheidet, ob man ein Medizinstudium oder Pharmaziestudium zugelassen wird oder nicht. Und wie immer. Das ist ja gar nicht so entsetzlich, finde ich. Ich hatte jetzt so ein Déjà-vu. Mein Sohn, der Jüngste, hat heute einen Lernnachweis. Und zwar über Körper. Und er hatte halt keine richtige Lust zu lernen. Und ich habe jetzt am Sonntag mich hingesetzt und ich habe dann die Aufgaben durchgeschaut. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ein Groll in mir aufsteigt, dass ich das gar nicht will. Weil da mussten jetzt Vierecke beschrieben werden. Also gut, Raute, Parallelogramm, Rechtequadrat kennt man. Aber dann waren solche Dinge, wo nur zwei Rechtewinkel haben. Also so windschiebe Dinge. Ich wusste den Namen im Lebtag nicht. Ich wusste den auch noch nie, wirklich nur vielleicht für die Prüfung, weil ich hatte ihn im realen Leben noch nie gebraucht. Klar, einen Drache kriege ich noch hin, weil Drache weiß ich, oben kürzer. Aber diese Begrifflichkeiten, die dort abverlangt werden in der fünften Klasse, die sind so weltfremd, dass ich gemerkt habe, mein innerer Widerstand, ihm das beizubringen, ist so hoch, weil ich mich gar nicht damit befassen will. Ja, immer noch. Wie ist das so? Naja, also ich hatte ja dann das Glück, dass ich auf die Oberschule kam, ob ich überhaupt nicht wollte. Das war ja nicht meine Welt, sozusagen. Ich kam ja aus kleinsten Verhältnissen, Vater im Krieg geblieben und so weiter. Und ich bin durch Zufall auf die Oberschule gekommen, weil ein Lehrer bei uns im Haus einzog, der sagt, der Junge muss auf die Oberschule. Und dadurch bin ich, dann musste ich also in der Schule nachholen, Latein, ein halbes Jahr. Dann hatte ich Zeit sozusagen, das erste Jahr aufzuholen und so weiter. Das klappte auch einigermaßen. Und nun ja, ich hatte dann, anderthalb Jahre später, einen Lehrer, der Begeisterung ausstrahlte, obwohl er ein Querkopf war. Der berühmte Trainer Karl Adam war das. Der war dann ab Oberterzjahr mein Klassenlehrer bis zum Abitur. Der berühmte, später berühmte Rudertrainer. Der kam meistens in die Schule als Lehrer und schmiss die Aktentasche da auf den Tisch und sagte, wer macht mal die Aufgabe. Er hat eine Aufgabe gegeben und so weiter und ähnliches. Und das war von vornherein interaktiv. Er hat nicht doziert, sondern er hat sozusagen evoziert. Aus den Schülern herausgeholt, was sie können, wollen und wie sie sozusagen sprechen. Letztendlich hat er auch provoziert bei euch. Er hat euch sozusagen wirklich gekitzelt. Provoziert und evoziert sozusagen herausgerufen. Und das war auch natürlich sein mentales oder psychologisches Rezept sozusagen für die Betreuung von Sportlern im Training. Das war ja auch so, dass das Training von uns, ich bin ja Ruderer gewesen und immer darauf aussah, dass die Leute selber auch im Einer, im Einzelnen und alleine ihr Training machen und dann gegen die anderen antreten, interne Konkurrenz, erhöht die Leistungsbereitschaft und Fähigkeit und so weiter. Und das war also eine höchst lebendige, quasi sozusagen leistungsorientierte Gruppe, freiwillig natürlich, im Sport dort. Aber auch in der Schule konnte man das durchaus merken. Er kam zum Beispiel ab Oberterz ja schon nachmittags in die Schule, was damals noch gar nicht üblich war. Er hat gesagt, wir machen eine Arbeitsgemeinschaft, wir lesen Bücher. Wir haben also Konrad Lorenz gelesen. So ein bisschen der Club der Toten Dichter. Ja, ja, oder Bertrand Russell haben wir gelesen. So einfache Dinge, unpopuläre Betrachtungen und so weiter. Bis hin dann später, ein paar Jahre später dann sogar kleine Schriften von Kant. Oder auch, wir haben sogar auch Stadien gelesen. Ja, aber das ist der Diskussionsraum. Du kannst dich doch eigentlich einem Thema nicht nähern, indem du die Hälfte ausblendest, weil du sagst, das gefällt mir nicht, das schmeckt mir nicht, also blende ich es aus. Dadurch erzeugst du ja schon von sich aus eine Einseitigkeit und kannst ja nur in die Falle rennen, was Gödel mit Unvollständigkeitstheorien schon bewiesen hat, dass du über diesen Geltungsrahmen ja gar nicht hinaus kommst. Vielleicht ist es genau das, was... Naja, das war ein bisschen komplizierter als was anderes. Ich weiß, ich versuche es jetzt platt zu machen, weil wenn wir jetzt da zu tief einsteigen, glaube ich, dann sprechen wir die 45 Minuten. Ja, naja, also das war jedenfalls ein prägendes Erlebnis für mich. Und das ist klar, Adam war sozusagen dann eine Art Ersatzvater für mich. Und später kam er raus, hatte drei Töchter und das ist sozusagen eine Art Ersatzvater. Und er hat dann behauptet, er hätte von mir mehr gelernt als ich von ihm, was natürlich nicht stimmt, aber es war ein Wechseldialog. Aber das Spannende ist ja... Lebenslang, auch später noch. Ja, aber jetzt bleiben wir bei dir, ich glaube durchaus, dass er das ernst gemeint hat. Weil, guck dich mal an, weil das kriegst du jetzt aus deiner Sicht nicht gesehen, aber im Grunde schon. Du hast dann gerudert und zwar ja nicht erfolglos, sondern erfolgreich. Ihr habt ja sogar die Goldmedaille gewonnen in dem 8er Olympia, genau. Die erste Olympia Goldmedaille gemacht. Du warst dann später selber Trainer, hast auch andere zum Erfolg gebracht. Genau. Und was man ja dir jetzt auch nicht nachsagen kann, dass du nicht wenig Bücher veröffentlicht hast. Ich glaube, die 150 Bücher dürftest du bald haben. 160. 160 mittlerweile. Allerdings mit Übersetzungen. Ja, aber nein, bleiben wir mal wirklich nur bei denen. Weil sonst wird es ja noch mehr. Aber wenn man jetzt wirklich bei diesem Kern bleibt, hast du mehr Bücher geschrieben, als viele normale, durchaus belesene Leute in ihrem Leben gelesen haben. Also heutzutage zählt man wirklich als Vielleser, wenn man mehr als 10 Bücher im Jahr gelesen hat. Da hast du gesagt, das machst du in zwei Wochen. Also von daher, du bist jetzt wirklich an der Stelle ein gewisses Paradebeispiel, dass aus unteren Verhältnissen, wo das Geld nicht da ist, wo die soziale Situation, kein Vater, das hast du ja gesagt. Und die Familie hatte natürlich keinerlei Verständnis für diese Dinge. Und das war alles sozusagen völlig was Besonderes und Neues und kam per Zufall zustande. Genau. Und naja, ich bin dem Schicksal natürlich dankbar, dass er so gelaufen ist. Aber das Entscheidende ist doch, dass du an der Stelle nicht nur theoretische Expertise hast, wie viele, ich sag jetzt mal Fernsehphilosophen, die sich im Fernsehen setzen und dann erzählen, man muss schlank werden, nur durch den Mangel wird man reich. Ja, im Grunde ist da auch was dran, aber das ist es halt nicht allein. Weil wenn du ein Kind immer in Mangel hältst, dann wird es auch nicht reich. Naja, klar. Also die Fernsehphilosophen, nichts gegen die Fernsehphilosophen, die möchten ja ihr gutes Recht haben. Aber die Verzerrung der Welt ist da halt spürbar. Du bist jetzt jemand, der hat jetzt, du guckst jetzt quasi, ich reduziere es mal ein bisschen und nehme mal deine Differenzion als so starr auf 60 Jahre Wissenschaft zurück. Du hast also ein, ein, ja darum, ich reduziere jetzt ein bisschen, um es nicht noch höher zu machen. Also du bist ja immer noch aktiv dabei. Du kannst ja wirklich über ein halbes Jahrhundert überblicken, was andere ja gar nicht haben. Die haben ja so eine Facette und du hast diese öffnet. Wir müssen jetzt kurz das Video anhalten, damit wir wieder eine halbe Stunde Videozeit haben. Und da trinken wir jetzt was. Und dann geht es genau an der Stelle los. So, da haben wir einen wunderbaren Stich. So, wir sind wieder da, falls keiner gemerkt hat, tatsächlich eine Pause. Aber wir machen keine Pause bei unserem Gespräch. Wir waren jetzt wirklich bei dem Punkt Leistung. Es war bei dir eigentlich ein einschneidendes Erlebnis mit dem Karadam, der einfach anders war. Es gibt die Hattie-Studie, eine Meta-Studie oder eine Meta-Meta-Studie, die einfach die ganzen Lernstudien ausgewertet haben. Und rauskam, es kommt auf den Lehrkörper, auf den Potenzialentfalter, der da vorne steht. Wie er das macht, völlig egal. Aber auf den kommt es an. Und du bist Beweis, und hast es auch weitergetragen, dass da was dran ist. Na ja, ich hatte erzählt, dass er nachmittags in die Schule wieder kam, obwohl es kein Zwang war und auch nie vergütet wurde. Und freiwillig mit den Schülern eine Art philosophisches Seminar machte. Oder Pro-Seminar, oder wie immer man es nennen will. Er hatte eben sozusagen diese Aktivität und Begeisterung. Und ich hoffe, dass ich mir diese Begeisterung auch noch erhalten habe, mein Leben lang bisher. Und das ist auch, würde ich sagen, etwas Wichtiges und Prägendes gewesen. Das ist auch eine Frage. Und wie gesagt, die Philosophie ist eben so ein breites Fach oder Unternehmen, dass man versuchen kann, alles von philosophischer Warte weiter auszusehen. Insbesondere heutzutage natürlich auch dann die ethischen und moralischen Probleme, die eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Und bis hin zu der Medizinischen Bioethik und alles das, was ja alles gerade erst in der Entwicklung war. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selber da zu früh war. Ich hoffe, fast 20, 30 Jahre immer früher gewesen, was immer sozusagen in ist. Ja, das sieht man auch bei deinen jetzt 160 Büchern. Jetzt hast du ein neues Buch aufgelegt, die Corona-Situation. Was hast du gesagt? Humor unter der Maske? Oder wie hieß es? In die Maske gelacht. In die Maske gelacht. Und das läuft jetzt deutlich besser. Also nicht der Bestseller, aber es läuft. Deine alten Bücher, die müssen scheinbar zuerst mal lagern und dann wieder entdeckt werden. Weil, wie du sagst, und so habe ich dich auch kennengelernt, von dem Gedanken, was du denkst, Philosophie ist ja die Liebe zur Wahrheit im Eigentlichen. Da warst du 20, vielleicht sogar manchmal 30 Jahre zu weit. In gewissem Sinne ja, zumindest. Also was zum Beispiel auch die anthropologischen Grundlagen angeht. Und da habe ich ja auch etwas zusammenfassende Bücher gemacht, wie das flexible Vielfachwesen der Mensch, das flexible Vielfachwesen, Kreativität und Multitasking, also sozusagen viele Arten von Dingen kombinieren und so weiter. Und das habe ich aber immer schon betrieben und versucht auch dann, insbesondere weil ich an einer technischen Universität sowohl Assistent war, als auch berufen wurde, dann nun in der Auseinandersetzung mit der technischen und ökonomischen und praktischen Welt sozusagen auch durchzuhalten. Und der Sport hat mir natürlich auch dabei geholfen. Deswegen habe ich auch sozusagen die Internationale Assoziation für Sportphilosophie mitgegründet, 1972. Und meine Frau hat übrigens gesagt, der Sport hätte mich sozusagen als Philosoph am Leben erhalten, weil ich mit dem praktischen Leben und praktischen Problemen zu tun gekriegt habe. Gerade was die Führungsfragen, Verantwortung und so weiter angeht. Oder auch natürlich Selbstüberwindung, Selbststeuerung und Motivation, Selbstmotivation und Ähnliches. Und das spielt ja nach wie vor eine entscheidende Rolle heutzutage. Und was ich vorhin über die Begeisterung gesagt hatte, ist natürlich kein anderer Ausdruck als das. Genau. Also das ist eine wichtige Komponente, die kann ich absolut nachvollziehen. Weil ich mache jetzt Rudern nur auf dem Heimtrainer, weil ich paddel lieber, also mit Stechpaddel. Aber unabhängig mache ich auch anderen Sport und ich merke, wie ich den auch wirklich brauche als Ausgleich für diese reine Denkarbeit. Ich laufe da leer. Naja, das gehen wir natürlich genauso. Ich habe ja immer im Wald sozusagen viel Jogging gemacht, wie das heute heißt. Früher hieß das Waldloch. Als ich anfing da und dann habe ich da nachgedacht. Das meiste ist mir im Wald beim Laufen eingefallen. Mittlerweile kann ich das nicht mehr. Jetzt muss ich walken. Jetzt musst du walken. Also wir wandern und da tatsächlich die guten Ideen, die kommen dann in der frischen Luft. Und das geht auch so auch. Also das ist nach wie vor sozusagen mein grünes Erlebnis für die Kreativität. Wenn wir das jetzt mal als Schablone nehmen, Schablonen sind immer ein Versuch, die Wirklichkeit abzubilden. Die Wirklichkeit ist viel, viel facettenreicher. Aber vielleicht, wie Pareto sagt, so 80 Prozent passt es vielleicht. Wenn wir jetzt sagen, hey, es braucht eigentlich für diese Potentialentfaltung der Kinder drei wesentliche Merkmale. Wäre das eigentlich ein offener Lehrer, der offen ist für Neues, der sich Geisterung rüberbringt und sich auch mal ein Experiment wagt außerhalb der Zwänge der Schule. Zweitens braucht dieser Lehrkörper, dieser Potentialentfalter oder die Potentialentfalterin, das ist ja völlig geschlechterunabhängig, da können alle 30 Geschlechter sich wiederfinden, braucht es einen Ausgleich. Weil es reicht halt nicht nur Menschen zu führen, weil es ist immer wieder der Punkt, dass man zurückfällt. Also Sport, eine Oase, wo man sich selber, für sich selber wieder regenerieren kann. Und dann braucht es, glaube ich, den Mut, auch sich zu trauen, gegen das System zu sagen, hey, ja, klar, ich muss irgendwie Schüler abliefern, die diese Klausuren schaffen. Aber es müssen doch die Schüler wollen, die Klausur schaffen und nicht der Lehrer. Ja, ja, darum geht es. Wenn die begeistert sind, dann macht sie das natürlich viel besser. Aber was noch fehlt, ist natürlich die soziale Umgebung, das Setting oder die Mannschaft oder die Gruppe. Der Mensch ist ein Gruppenwesen natürlich. Das reicht nicht, wenn einer nur begeistert wird. Deswegen ist der Mannschaftssport natürlich außerordentlich wichtig für so etwas. Der ist halt prädiktiert. Der ist halt für das Leben, auch bis hin zur Politik, nicht? Ja. Der Sport ist sozusagen die geradezu natürliche Schule für die Verantwortungsübernahme in der Demokratie und Ähnliches, nicht? Wo die Leute sozusagen Mannschaftsführer werden müssen oder sich aufeinandersetzen müssen, Konflikte steuern und Ähnliches, nicht? Ich finde, das ist also viel zu wenig in der öffentlichen Pädagogik gesehen worden und sozusagen übertragen worden. Also diese Vorbildrolle des sportlichen Übens, Trainings und so weiter bis hin auch natürlich zur Begeisterung. Jetzt fällt mir einfach Folgendes ein. Es gibt ja immer diese Assessment Center und diese Vorbedingungen, um einen Job antreten zu dürfen. Und wenn es nicht nur ein Job ist, sondern ein Beruf wie der Politiker, weil der hat ja so viel Verantwortung für andere Menschen, dann wäre doch, glaube ich, ein supergutes, nicht die Zeugnisse, die Befähigung als solches, sondern er muss nachweisen, dass er in einem Mannschaftssport, als Mannschaftsspieler, also wo man ein gleiches Ziel hat, beim Rudern ist super, weil du hast das Ziel, nach vorne zu rudern und vorzubringen. Es gibt natürlich Sportarten, wo es gegeneinander geht. Aber im Wesentlichen, auch beim Basketball, hättest du fünf Leute, die müssen als Mannschaft funktionieren. Ein Einzelner kann das nicht reißen. Aber im Ruderboot ist es natürlich perfekt, weil wenn einer quer treibt, dann geht alles, gehen alle baden. Ja, so ist es. Ruder ist insofern der demokratischste Sport, weil alle gleich stark und wichtig sind. Orchester würde mir noch einfallen, weil wenn da einer schräg spielt, dann reißt das auch das ganze Musikstück runter. Aber Rudern ist tatsächlich... Naja, natürlich. Orchester ist es vergleichsweise. Orkestermusik oder Musik überhaupt, ist ja ein Hochleistungssport. Ja, genau. Aber Rudern, also das könnte man wirklich zur... Also ich würde es am liebsten, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, die Macht, wobei Macht ja wieder eine Bedürftigkeit ist, wie ich gelernt habe, wenn ich die Gelegenheit hätte, dort etwas als Grundgesetz, als Rahmen vorzugeben, dann würde ich tatsächlich Rudern, Mannschaftsrudern als Voraussetzung für ein politisches Wirken sehen. Ja, das kann man vielleicht leichter machen. Ja, ich meine, natürlich ist es bei Mannschaftsspielen genauso, nicht? Ist ein bisschen komplizierter noch, nicht? Fußball oder Handball oder Hockeyer. Fußballer ist immer einen, der ganz besonders... Hockeyer ist ja auch eine Gerätesportart, nicht? Ja, aber Rudern ja auch, nicht? Ja. Und irgendwie das, nicht? Ja, ich habe ja mehrere Bücher über Rudern geschrieben, über Rudertraining und auch natürlich über die Mannschaftsführung, auch als erster Deutscher sozusagen soziometrische, gruppendynamische Untersuchungen bei Rudermannschaften gemacht und daraus Folgerungen gezogen, die übrigens auch angewendet wurden bei unserem Training dann in Bezug auf die Olympische Spiele und so weiter und so weiter. Und bis hin zum Humor, ich habe ja gerade jetzt ein Bücher veröffentlicht, ganz neu, Rudern schützt vor Lachen nicht. Das hast du mir auch gegeben, das hole ich jetzt auch schnell, dass man auch gleich sieht, wie das aussieht. Ich habe das mal da in diese Kamera, hier vors Gesicht sozusagen, ich hoffe, die Kamera stellt scharf, wenn nicht... Hat viele Bildchen auch und Anekdoten, die ich selber erlebt habe, großen Teils, natürlich, und natürlich auch andere Bilder und Karikaturen und sowas übernommen, aber es ist, glaube ich, sehr lustig. Das ist mein letztes Ruderbüchlein. Ich bin gespannt. Zum Beispiel Wondrack rudert über den Atlantik oder Ähnliches oder das Küstenrudern, das vorne auf dem Bild ist. Mit der Düne, genau. Ja, erstens, vorne drauf ist es eine Düne und es soll aber die Dünung eigentlich sein und die Ruderer stutzen natürlich, weil wir ja nicht im Wasser rudern, sondern auf der Düne. Ja. Da ist er gestrandet, aber das wird auf Seite 64 da erläutert. Ein Sommermärchen schreibst du, das Leistungssport im Rudern. Sehr schön. Kommt auf jeden Fall, nachdem es jetzt schon offen ist, in meine Literatursammlung. Ich habe hier immer so einen Stapel, da liese ich parallel. Jetzt liese ich gerade wieder, was ich schon vor sechs, sieben Jahren gelesen habe, Antifragilität. Und ich da auch gerade wieder Schönes raushol und mal wieder zum zweiten oder dritten Mal Gödel-Escherbach. Ach, ja, ja, ja. Und ich liese es wieder völlig anders wie vor zehn Jahren. Ja, das muss ich auch nochmal wieder lesen. Also mit der Mathematik tue ich mich viel schwerer als vor zehn, 15 Jahren, aber mit der Kybernetik. Und da möchte ich gerade nochmal schnell einsteigen. Kybernetik hast du nämlich auch erwähnt, dass du das auch noch gemacht hast. Es fehlt in deinem Wikipedia-Eintrag übrigens. Schwerpunktstudium Kybernetik. Ja, und ich finde Kybernetik auch hochinteressant. Ich habe auch selber eine Vorlesung gehalten über Wissensmanagement und da war vernetztes Denken von Friedrich Fester inspiriert. Auch ein Teil. Na ja, heute heißt es ja mehr Systemtheorie, komplexe Systeme und Mathematische. Lassen wir die Namen weg. Es geht wirklich um Kreisläufe. Es geht um Wirkungskreisläufe und Verstärkungen. Und sozusagen auch in der Psychologie, in der Wahrnehmung sozusagen, sozusagen, konnexionistisch. Das heißt, man sieht das ganze System viel eher, als wenn man bei Einzelnen das Abhassbild und Ähnliches. Bis hin zu der Neurologie, die das ja auch seit 20, 30 Jahren entdeckt hat. Und mein Buch über Bewusstsein als Schema-Interpretation ist da sozusagen eine wissenschaftliche Grundlage und dabei auch die Anthropologie und den flexiblen Vielfachwesen und anderen Büchern dort in der Richtung ist darauf aufgebaut. Und das kann man allerdings dann auch in der Abstraktions-Ebene höher machen. Und das ist eigentlich mein eigentliches philosophisches Anliegen, auch methodisch gesehen, dass man eigentlich ja nicht mit Dingen selbst umgeht. Oder die Dinge. Sondern man geht immer sozusagen mit Modellen, die man gemacht hat. Mit Vorstellungen davon. Mit Deutungsmustern, Konstrukten, Interpretationskonstrukten. Das ist eines der Bücher, der dicken, schwerlesbaren Bücher, die ich da gemacht habe. Aber die Idee ist eigentlich sehr einfach, dass wir eigentlich letztlich immer nur sozusagen unsere Bilder oder Deutungen oder Modelle oder Strukturierungen, Schemata verwenden müssen, anwenden müssen, aktivieren müssen und wiederholen müssen, lernen müssen, um sozusagen die Welt bewältigen zu können. Nicht nur im Handeln, sondern natürlich auch theoretisch. Und das gilt natürlich bis hin zu den neuesten, abstrakten und kosmologischen Astrophysik oder was immer, bis zur Quantentheorie und Relativitätstheorie. Alles das habe ich auch mal gelernt und auch mal unterrichtet. Sogar hier in Karlsruhe für Physiker, die das noch nicht gehabt hatten. Also physische, physikalische Dozenten und Assistenten, die das noch nicht gehabt hatten. Mit denen habe ich zusammen Tänzurechnungen und Ähnliches gemacht. Das Schöne ist ja, wenn man wirklich von dem Medell ausgeht, dass ich zuerst eine Vorstellung, eine geistige Repräsentation davon haben will, was ich kreieren will. Also bevor ich eine Kiste baue, muss ich mir im Geiste vorstellen können, wie diese Kiste grob aussieht. Und dann kann ich natürlich durch das Tun das immer verfeiern. Ja, das hat Aristoteles natürlich schon gewusst. Ja, jetzt aber. Da bin ich völlig bei dir. Nur an einem Punkt bricht sich das Ganze. Wie kommen wir auf etwas völlig Neues, was noch nie da war? Also wie schöpfen wir aus dem, wo noch nie da war, aus der Relativitätstheorie, die war ja nicht da, sondern es war ein Impuls. Plötzlich hat er Zusammenhänge gesehen, der Einstein, die zuvor niemand gesehen hat. Wo schöpfen Sie das? Ja, aber es gab ja Anstöße dazu, Michael Morley-Versuche nicht und Eikenson Morley-Versuche und so weiter nicht und ähnlich natürlich in der Quantentheorie. Manches lässt sich im Hintergrund zurückverfolgen. Ja, und andererseits im normalen Leben oder in der normalen Theoriebildung ist es natürlich das Erlebnis, sozusagen, dass man nicht durchkommt, dass man scheitert, dass man sozusagen gegen die Wand läuft und so. Genau. Und dass man sozusagen aus Fehlern lernt. Sagen wir mal so. Man kann eigentlich nur aus Fehlern auch lernen. Genau. Also ich habe das Buch Antifagilität erwähnt und da sagt der klar, der Nissan Taleb, dass die ganzen Innovationen nicht an der Hochschule kommen, sondern die kommen so unter Tüftler von Scheitern und später macht sich die Hochschule zunutze und sagt, hey, guck mal, das kommt von uns. Na ja, na ja, das ist teils, teils nicht. Er übertreibt, weil er natürlich aus der Empirie herauskommt als Börsenmakler und darum hat er da. Ja, das ist natürlich auch, ich habe das auch gelesen mit dem Schwarzen Schwan und so. Genau. Das sind schöne Ansätze, definitiv. Und es weckt auch. Aber es ist ein bisschen mehr feuilletimistisch auch. Ja, er ist der Revlutzer. Aber das ist schon gut, aber wichtig. Aber diese Grundlage davon ist ja eigentlich durch Karl Popper gelegt worden, dass sie das scheitern können. Kritischer Rationalismus. Nicht sozusagen das Übereinstimmen der Theorie von vornherein ist das Entscheidende, sondern dass alle Erfahrungen sozusagen am Experiment scheitern können. Ja. Aber die meisten, auch Krisiker heutzutage, sind der Meinung noch, das ist so sozusagen. Das darf nicht alle sagen. Was wir aber sehen oder was wir denken, ist natürlich immer strukturiert durch unsere Modellbildung, unsere Schemabildungen und unsere Aktivitäten des Schemaoperierens und so weiter. Schematischen Operierens, logischen und schematischen Operierens. Aber das ist natürlich gerade die Auseinandersetzung mit den Versuchen da, das Scheitern zu überwinden, indem man neue Schritte macht oder neue Ansätze zu versuchen. Ja. Das ist also sozusagen das Falsifikationsprinzip, wie es bei Popper dann oder später heißt. Und das ist natürlich grundstürzend wichtig. Ja. Die Realität lernen wir nicht sozusagen durch bloßes Nachklappern, Abbilden oder was immer, sondern durch sozusagen Versuche und Irrtum, aber gesteuert. Genau. Das ist also die Grundlage des sogenannten kritischen Rationalismus. Ist das eigentlich ein Missnomer? Es ist nicht unbedingt ein Rationalismus. Und es ist auch nicht immer kritisch. Insbesondere auch die Vertreter, einschließlich Popper selber, waren da auch nicht so sehr selbstkritisch. Nee, die hatten schon ja irgendwann... Die hatten auch die alte Philosophenkrankheit, dass sie sich zu viel auf sich selber einbilden und ähnliches. Ich würde fast sagen, wir weichen jetzt von dem eigentlichen Plan ab und machen heute zwei Videos, weil sonst wird dieses zu lang und dann guckt es wieder keiner an. Von daher bauen wir jetzt mal die Fäden kurz zusammen und knoten das schön zu, machen das Päckchen zu und dann machen wir ein neues Päckchen auf. Das Päckchen, wo ich zumachen will, ist quasi das, was du jetzt alles erwähnt hast. Das hängt zusammen, dass man kritisch die Dinge hinterfragen soll, dass man sich die Welt auch konstruiert. Das bedeutet im Kern... Die Welt nicht, ein Bild der Welt. Ein Bild, genau. Das ist nicht die Welt, ja. Wir können Modelle machen, wir können Dinge... Exakt. Ja. Na ja, Maschinen konstruieren und ähnliches. Aber selbst die können wir nur verstehen, wenn wir sozusagen unsere theoretischen Strukturen anwenden, die Schemata aktivieren können und sozusagen in Kontakt oder in Kontrast mit der Wirklichkeit bringen können. Ja. Und wenn wir scheitern, haben wir sozusagen was gelernt und lernen. Du bist schon im zweiten Video. Ja. Das möchte ich ins zweite Video packen, weil das ist so ein Riesenthema, wo wir uns jetzt vertieft nochmal unterhalten müssen. Weil das ist so spannend, weil das eigentlich ein Tor zur Welt ist, zur letztendlich konstruierten Wirklichkeit. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie wir handeln können. Na ja, konstruiert ist die Wirklichkeit nicht. Das ist ja sozusagen eine neue Schule, die wir immer behaupten, das ist der radikale Konstruktivismus. Ja. Nein, das ist es nicht. Aber die Welt ist nicht konstruiert, aber sie kann nicht ohne Konstrukte, unsere eigenen gemachten Konstrukte überhaupt angegangen werden. Und wir unterstellen sozusagen, dass es eine Welt an sich gibt. Aber gut, im Alltag sprechen wir so. Das ist auch richtig. Ja. Nicht wahr? Und alles in Ordnung. Aber wir müssen sagen, dass eigentlich auch das nur in gewisser Weise sozusagen Modell- oder konstruktgesteuerte Versuche sind, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und zum Beispiel in der Erfahrung oder im Experiment zu scheitern und das Scheitern zu umgehen oder zu überwinden und ähnliches. Ja. Und das muss jetzt reichen, weil das ist jetzt der Vorgeschmack für das Video, das gleich kommt, nachdem wir die Akku gewechselt haben. Um das sozusagen jetzt abzuschließen, dass wir so angefangen haben, wir sind ja von der Eigenverantwortung eigentlich losgelaufen. Und die Frage, die auch bleibt, ist, wie können die jungen Menschen wieder zu einer Eigenverantwortung kommen, zu einer Verbindung mit dem Gesamten, mit der Gemeinschaft, mit dem Tun, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind hier völlig überflüssig auf der Welt, man braucht sie eh nicht. Wie kommen sie dazu, wieder Verantwortung für etwas zu übernehmen, was definitiv passieren muss? Aber es kann ja nicht nur sein, dass sie jetzt mit Plakaten durch die Gegend laufen und sagen, das Klima muss gerettet werden. Das ist sicher auch ein Aspekt, aber das ist ja noch nicht die Verantwortung, wo das Klima dann verändert. Ich meine, dass Gruppenhandeln das Entscheidende ist. Dass man in Gruppen handelt, agiert, Mitglied ist sozusagen. Insofern schon Verantwortung den anderen gegenüber hat, auch gegenüber der Gruppe. Und auch in der sozusagen in der größeren Umwelt, sozialen Umwelt, in der diese Gruppe zum Beispiel als kleine Fußballmannschaft oder als was immer Rudermannschaft nun zu sehen ist. Das heißt, auch Kinder oder Jugendliche müssen gerade in diesen Aufgaben, die sie übernehmen, in einer Gruppe eben Verantwortung zu tragen lernen. Das gilt natürlich insbesondere auch in Orchester und so weiter. In so Gruppen, die zusammenwirken und auch strukturiert sozusagen Verantwortung lernen und tragen können müssen. Bis hin zu Abstimmungen oder Wahlen, Kapitänswahl in Mannschaften oder wie immer und so weiter. Oder gezielte sozusagen und gesteuerte Konflikte austragen, aber gewaltfrei nach Möglichkeiten. Und obwohl es natürlich auch Sportarten gibt, die das gerade sozusagen schematisch lernen oder üben, wie Boxen oder Ringen und so weiter. Ja. Und ich finde da diese sportlichen sozusagen Gruppen orientierten Übungen oder Schulungen ganz besonders wichtig. Also auch für die jungen Leute. Und insbesondere auch natürlich für die künftige Lebensaufgaben in einer Firma oder Arbeitsgruppe oder wie immer. Und da die Verantwortung zum Beispiel für einige Teilverantwortlichkeiten oder Fähigkeiten zu übernehmen. Das macht es natürlich jetzt durch Corona, durch diese Isolation, durch dieses Zurückziehen der Kinder in der Maske verstecken oder hinter einer Maske. Und die Großeltern gar nicht erst sehen, weil das macht ja noch schwerer. Also wir haben ja jetzt dadurch uns in diesem Gepäck, in diesem Rucksack, was wir mit uns rumtragen und wir uns leichter machen sollten, Wir hatten ja jetzt nochmal ein Stück hinzugenommen, wo das noch schwerer macht. Wie kommen wir da weiter aus? Naja, andererseits gab es natürlich diese Digitalisierungswelle, die immerhin das wiederum dann überhaupt machbar gestaltete. Aber das ist ja nicht das Gemeinsame, die Sozialisierung. Aber es war natürlich reduziert alles. Und dieses wirklich lebendige Auseinandersetzen bzw. Agieren in der Gruppe ist damit natürlich nicht gefördert worden. Das ist extrem zu kurz geworden. Aber das wird ja hoffentlich dann in absehbarer Zeit besser werden wieder. Also da bestehen mit Sicherheit noch viele, viele Herausforderungen, die vielleicht der eine oder andere aufnehmen kann, die eine oder andere Initiative vielleicht begleiten kann, dass die Menschen wieder zusammenkommen und Verantwortung übernehmen. Naja, ich glaube Kinder sind da ja besonders kreativ und schöpferisch. Ja, man muss ja einfach machen lassen. Man muss sozusagen die tatsächlich in Gruppen wirken lassen können und das auch anleiten. Aber nicht eben autoritär, sondern mit Kreativitäts- und Freiheitsvorsprung. Ja. Und gleichzeitig eine Linie reinbringen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Inspiration brauchen, jemand da ist, den Sie fragen können. Naja, natürlich. Den Entwicklungshelfer. Hans, vielen Dank an der Stelle. Wir machen an der Stelle nur eine kurze Pause. Für das Video ist es... Genau. Der Timer sagt schon, wir müssen Pause machen. Wir essen jetzt was und trinken. Und dann machen wir das zweite Video, wo sich quasi nahtlos um genau den Punkt trifft, wie wir die Welt sozusagen aufnehmen. Vielen Dank.